ja und es liebte also es gibt flacke was bedeutet das flow Man darf nicht ins Wasser gehen. Das Wasser geht nicht. Okay, okay. Ja, sind wir noch. Okay, okay, okay. Wir gehen mal hier rein. Wow, ich glaube nicht, dass HQ eigentlich gebraucht hat. Okay. Ach, was er fährt? Ach, was's. Okay. Was nicht mehr, wenn ich nicht mehr in der Toll-Way-Gun schiene. Ja, das kann ich nicht genau ziehen. Ja, passt. Ich gehe nochmal hier hoch. Und hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, gehen wir nochmal zum Flows aus. Okay, da sind wir auch noch nicht. Wir sind voll. Wir müssen das kombinieren. Okay. Nein, die kommt. Oh nein. Ja, ja, wo bist du denn? Keep your own. Ah, es reißen wir meinen Kopf runter. Das ist schwierig. Jetzt. So, folgt mich immer noch. Können wir es mit? Bitte. Ah. Zum Glück haben wir noch genug Spray. Ja, springen. Wir sind okay. Hast du noch? Ja. Jetzt habe ich wieder Zeit zum Labern. Und wir reden über. Get his gun. Connor. Er wird sich vielleicht auch mal irgendwann so geliehen. Let's Plays machen. Und wann wirst du das denn in Anspruch nehmen? Hä? Hä? Wir können denn so hartstuhl sein. Oh, ne? Pass auf. Was steht denn da? Ja, da steht doch nichts. Wie schön. Da liegt was. Was, was, was. Leuchtendes. Was, was wir noch nicht gehabt haben. Gewehrmonition. Also, das heißt, wir laufen irgendwo in ein Gewehr. Verschlein Gewehrmonition. Kombinieren. Ach, das gebe ich einfach hier. Oder? Was meinst du? Das kann ich ja auch nicht. Irgendwie. Das kann ich so geben. Kombinieren. Und rüber damit. Ich rüber. So. Jetzt sagen wir mal. Ach, ich geh jetzt einfach mal rein. Okay. Okay. Ja. Wir sind da. Und ich fragte mich. Warum sind wir auf einmal mitten im Video hier? Ganz einfach. Mein Speicher war voll. Und ich habe es erst nach, wie wir hier durchgehend waren, bemerkt. Naja. Diese zwei Sekunden. Wir haben da nichts mehr gemacht. Wir sind lustig zu die Tür gegangen. Haben uns dieses fetter Gewehr geholt. Können. Äh, was ist das? Lalalala. Ich glaube, ich nehme das erste Mal wieder. Nicht so. Normalerweise schlummern doch da immer diese Viecher. Was ist das? Warum drücke ich immer? Mach. Du siehst nicht die ganze Muni. Jetzt nimmt sie. Jetzt hat sie die ganze. Jetzt hat sie alles verballert. Wie. Wie. Nachschuld. Wie schön. Oh. Ich habe gemeint, der kommt jetzt wieder so. Oh. Was machen die hier denn? Hier machen sie. Nicht schon wieder. Eintopf oder wie. Ja, ist so. Und wir sind anscheinend. Warum gibt es so viel Fleischereien? Und was ist das? Aha. Okay. Nicht schon wieder. Ja, also. Eine. Okay. Untersuch' mir mal das. Eine. Eine Kettensäge. Was haben sie hier gemacht? Eine Kettensäge mit zwei. Oh. Was haben sie hier gemacht? Was für ein Gestack. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Ich habe die Tür kaputt gemacht. Okay. Jetzt heilen wir uns mal. Wir haben. Wir können beide nichts aufnehmen. Was? Wir können wirklich beide nichts aufnehmen. Dann benutzen wir das einfach mal. Und ich nehme einfach mal. Okay. Okay. Okay, dann nennen sie die Granaten. Und ich... ...gebe ihr... Was gebe ich dir denn? Ich gebe ihr... ...das andere Zeug her. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Jetzt... Hä? Hier waren wir doch schon. Von hier sind wir doch gekommen. Ja, hast du noch irgendwas zum Reden? Zum Reden der Ideen. Hm. Ja, reden wir über YouTube. Also ich habe mitbekommen, dass White Titty... Der letzte Sommer dieses Video muss zu dir. Das ist ein neues, komponiertes Lied. Von ihm das... Ich finde, es ist echt geil. Und letztens habe ich jetzt auf... Ich sitze auf meiner Terrasse. Denk mir nichts. Und was höre ich im... Im Hintergrund? Radio. Und dann kommt White Titty, der letzte Sommer. Oh nein. Die haben es tatsächlich echt... ...scharf geschaffen. Wo diese Viecher nur träumen könnten. Hör doch aus. Alter, still. Kirk. Captain Kirk. Nicht schon wieder. Das ist HQ. Der Helikopter ist verabschiedet. Alle nahe Unite präsenten zu der Crash-Site. Repeat. Alle nahe Unite präsenten... Ja. So. Jetzt hat... Hakt es ein bisschen. Jetzt haben wir auch den Text nicht mehr gesehen. Hallo? Gut. Es hakt, wie gesagt. Ich weiß nicht, warum. Es ist schon wieder ein Ding, das fies. Ah. Und da bist du. Ah, danke. Ich weiß nicht. So gut. Okay. Oh nein. Okay, okay. Jetzt... Jetzt ist perfekt. Ich schau gar nicht. Wo ist das einfach? Okay, was nehmen wir uns denn? Wir nehmen uns das. Ja. Wow. Sie kriegt wieder das. Ich nehme nur das. Und ich nehme mir das. Ich nehme mir auch das. Und das nehme ich mir auch. Okay. Und sie gibt mir das. Gut. Perfekt. Ja. Wir müssen halt... Jetzt hat er Texte, die machen da und zu. Jetzt haben wir sie schon zweimal im Bild. Okay, wo kommt der denn her? Und wir machen wieder auf Pause. Wie toll. Und schon wieder. Das liegt daran, weil ich es auf Fenstermodus habe. Hm. Und... schon wieder. Was sind das durch? Ja, das müssen wir ja noch unkennstlich machen, weil sonst... Hm? Wir müssen noch diesen... Wir müssen diese... Nachricht, dass ihr... Dass dieser online ist, wieder... Entfernen. Hm. Vielleicht hat es... Ähm... Fraps gar nicht aufgenommen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich glaube es nicht. Und das liegt jetzt langsam ein bisschen auf. Ja. Wo, wo, wo kommt jetzt der? Ach. Aber was ein bisschen komisch ist, dass leider alle gleiche sind. Okay. Hm. Okay. Und wir benutzen... Okay. Dann nehme ich jetzt diesen komischen Fahn. Und bin... Und... Ach, super. Jetzt können wir den längst kombinieren. Außer die zwei. Okay. Das geht nicht. Das gehen nicht. Aha. Dann gehen wir nach oben. Oben, 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 oben. Gehen. Da sind schon wieder welche. Und die Musik hat anscheinend einen... Aussetzer. Lauter hältst du uns. Gut. Gut, gut, gut. So, wie ist... Das ist denn eine Plage, du selbst. Oh, Animal Health. Okay, ein Tierkrankenhaus, oder? Oder? Und da... Gehen wir in den nächsten Stock. Was sich auch bei Krohn gesehen hat, er hat seine... Eine Art Gruselreihe gemacht. Eine Gruselreihe? Ja, er hat den Treppensimulator, gut anscheinend nur Treppen runtergehen muss. Aber es wird um jede Treppe wird es gruseliger. Er hat es gleich bis zum 98. Stock geschafft, dann ist er tot. Dann ist er gestorben. Warte, was? Du musst einfach... Du musst einfach... Du musst tief...